Und hier sehen wir Tyson, wie er sich sein Fressen aus dem Futterturm holt. Ein hochintelligentes Tier. Sehen Sie nur. Ja, her mit dem Jägerschnitzen mit Pommes und Salat. Ja, wer beobachtet mich da denn? Sind das die YouTube-Benutzer? Jawohl, und wieder ein Häppchen. Und noch eines. Und noch eines. Und noch eines. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.